Ich habe mich heute Morgen richtig geärgert, als ich erfahren habe, dass wir mit der Inzidenz über 165 liegen. Warum? Liegt man unter 165 über einen Zeitraum von fünf Werktagen und wird das auch vom Ministerium in Düsseldorf anerkannt, dann hätten wir nämlich am Montag mit Wechselunterricht anfangen können hier im Kreis Gütersloh. Und das wäre für die Schülerinnen und Schüler, aber auch für alle Beteiligten wirklich eine gute Sache gewesen. Jetzt liegen wir leider drüber und jetzt müssen wir sehen, dass wir wieder fünf Werktage unter diese 165 kommen. Ich bin weiter sehr stolz darauf, dass wir gut vorankommen bei den Impfungen. Wir haben mittlerweile im Kreis Gütersloh ungefähr 112.000 Menschen geimpft und fast 26.000 Menschen haben auch ihre Folgeimpfung, also die zweite Impfung bekommen. Ich finde, das ist ein tolles Ergebnis. Ich erfahre natürlich auch immer wieder, dass Menschen, die im Impfzentrum anrufen, sehr, sehr lange warten müssen. Das liegt einfach daran, weil die Leitungen heillos überlastet sind. Wir haben dort schon viele, viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Einsatz. An der Hotline sitzen natürlich keine ausgebildeten Doktoren und Medizinerinnen und Mediziner. Und insofern, wenn jemand eine wirklich spezielle Frage hat zum Bereich der Medizin und zu Fragen, die nur Ärzte beantworten können, dann mein Tipp, sich wirklich an den Hausarzt zu wenden. Der kennt Sie als Patient auch und der kann Ihnen mit Sicherheit diese medizinischen Fachfragen besser beantworten als jemand, der an einer Hotline sitzt. Was ich auch sehr erfreulich finde, ist die Tatsache, dass das Land ja gestern weitere Personengruppen freigegeben hat, sich einen Impftermin zu besorgen. Auch da gilt wie vorher auch Anmeldung über die 0800 116 117 der Kassenärztlichen Vereinigung. Wie Sie sich vielleicht erinnern, hatten wir ja auch eine Sonderaktion bezüglich der Impfung von Kontaktpersonen von Schwangeren oder Pflegeangehörigen. Da hatten wir mehrere tausend Anfragen und das ist natürlich aufgrund der Fülle auch ins Stocken geraten. Wenn Sie noch keine Rückmeldung bekommen haben und zu dieser Personengruppe gehören, die ich eben genannt habe, dann können Sie sich direkt an die Kassenärztliche Vereinigung wenden. Dort bekommen Sie dann einen Termin.